Nehme die Arme nach oben und atme tief ein und aus und nimm die Arme wieder runter. Arme nach oben, ausatmen, Arme nach unten. Arme nach oben, ausatmen, Arme nach unten. Einatmen und ausatmen. Kreise deine Schulter. Nimm die andere Schulter. Schön nach hinten, runde Bewegungen. Beide Schultern gleichzeitig. Ganze Kreise. Nimm deinen Kopf nach links und nach rechts. Wieder nach links und wieder nach rechts. Schau nach unten und wieder nach oben. Langsame Bewegungen. Kopf nach unten. Kopf nach oben. Noch ein Stück weiter nach oben. Und nochmal nach oben ziehen und locker lassen. Oben ziehen und locker lassen. Wir wechseln die Seite, der rechte Arm nach oben und locker lassen. Oben und locker lassen. Und im Wechsel rechts und links. Schön lang ziehen. Langsam und bedacht. Beide Arme nach oben. Sie gehen bis zur Schulter runter und du schaust dem hinteren Arm nach. Schöne, flüssige Bewegung. Arme nach unten und hinterher schauen. Die Arme runternehmen und die Schultern lockern. Komm in die Beuge. Mach einen Rundrücken. Geh ins Hohlkreuz. Mach einen Rundrücken. Und geh wieder runter. Knie schön locker lassen. Halte kurz die Position. Nehm die Arme nach unten. Und lass sie seitlich nach oben schwingen. Hier ist auch ganz wichtig, dass der Rücken gerade ist. Der Bauch eingezogen. Und die Arme schön seitlich bis zur Schulterhöhe. Die Arme schön nach oben. Den Bauch eingezogen halten. Kurzer Rundrücken. Und die Arme nach vorne. Auf Kopfhöhe. Und leih kleine Bewegungen nach oben. Die Daumen zeigen zur Decke. Achte auf deinen Rücken. Halt ihn gerade. Zieh deinen Bauch ein. Halt ihn gerade. 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 Vielen Dank.